Wie geht es weiter mit den Zinsen? Wenn Sie ein Haus kaufen oder Ihre Hypotheke erneuern müssen, ist das eine zentrale Frage. Zuletzt sind die Zinsen nämlich steil nach oben. Was also tun? Besser schon bald eine neue Festhypotheke abschliessen, damit es nicht noch teurer wird? Oder lieber zuwarten, bis die Zinsen wieder sinken? Im Geldkass diskutieren wir in den nächsten rund 5 Minuten drei Indikatoren für die weitere Zinsentwicklung. Und so eindeutig sind die Zinsaufsichten nicht. Wer ein Haus kauft, braucht normalerweise einen Kredit von einer Bank. Diese Hypotheken sind in den letzten zwei Jahren massiv teurer geworden. Und nicht nur in der Schweiz. Hypotheken werden teurer, vor allem die langfristigen. Die Zinssätze sind in den letzten Monaten unerwartet deutlich gestiegen, auf den höchsten Stand seit acht Jahren. Right now, potential homebuyers are facing a 30-year fixed rate mortgage that's inching closer and closer to 8%. Über 8% zahlt man in den Vereinigten Staaten aktuell für eine 30-jährige Festhypothek. Das ist rund dreimal mehr als noch vor zwei Jahren. Und auch in der Schweiz sind die Hypotheken massiv teurer geworden. Eine 10-jährige Festhypothek kostet hier zurzeit rund 3%. Auch das ist fast dreimal mehr als noch vor zwei Jahren. Und das spüren ganz viele Leute. Allein in der Schweiz sind nämlich Hypotheken im Umfang von über 1100 Milliarden Franken offen. Und die müssen regelmässig erneuert werden am Ende der Laufzeit. Ich wurde darum zuletzt immer häufiger gefragt, Fabio, auf was muss ich mich einstellen? Werden die Hypotheken auch in einem Jahr oder zwei noch so teuer sein wie heute? Oder kommen die Zinsen schon bald wieder runter? Genau diesen Fragen möchte ich in dieser Sendung nachgehen. Vorweg, auch ich kenne die Zukunft nicht. Ich weiss aber, worauf man achten kann, wenn man etwas über die zukünftige Zinsentwicklung herausfinden möchte. Wir schauen uns heute gemeinsam drei Indikatoren an. Zwei davon sagen, die Zinsen kommen schon bald wieder runter. Und der dritte sagt, die Zinsen bleiben noch lange hoch. Sprechen wir über den ersten und wichtigsten Indikator. Die Inflationsrate. Die Inflation ist der ultimative Treiber der Zinsen. Wenn die Preise steigen, erhöhen die Zentralbanken als Reaktion darauf nämlich die Zinsen. Das tun sie, um die Inflation zu bremsen. So geschehen in den letzten zwei Jahren. Das heisst für uns im Umkehrschluss, wenn die Inflation wieder sinkt, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinserhöhungen. Plötzlich werden dann sogar Zinssenkungen wieder realistisch. Und zwar spätestens dann, wenn die Inflation wieder unter dem Zielwert von 2% liegt. Schauen wir uns die Daten an. Zuerst von den USA. Aktuell beträgt die Inflationsrate in den USA gemessen am PCE-Index 3,4%. Um so viel ist ein typischer Einkauf in den Vereinigten Staaten teurer geworden in den letzten 12 Monaten. Allerdings sind diese 3,4% kein guter Indikator für den aktuellen Inflationsdruck. Diese 3,4% reflektieren nämlich nicht nur die aktuellen Preissteigerungen, sondern auch die Preissteigerungen vom letzten Winter und Frühling. Was man stattdessen berechnen kann, ist eine annualisierte 4-Monats-Inflationsrate. Dabei misst man die Preisveränderung statt über die letzten 12 Monate nur über die letzten 4 Monate. Dabei kommt man ein besseres Maß dafür, wie hoch der aktuelle Inflationsdruck ist. Die annualisierte 4-Monats-Inflationsrate in den USA lag zuletzt bei nur noch 2,5%. Das zeigt, der Inflationsdruck ist zuletzt stark zurückgegangen und damit auch der Druck auf die Zentralbank, die Zinsen weiter zu erhöhen. Ganz ähnlich ist die Situation in der Schweiz. Hier liegt sogar schon die gängige 12-Monats-Inflationsrate wieder im Zielbereich der Schweizerischen Nationalbank. Im Oktober lag sie bei 1,7%. Zwar erwartet die Nationalbank für Anfang nächstes Jahr wieder eine leicht höhere Inflation. Das deshalb, weil die Mieten nach wie vor steigen und weil die Mehrwertsteuersätze im nächsten Jahr nach oben gehen. Das wird die Inflation aber nur leicht über 2% drücken, so die S&B, und vor allem nur kurzfristig. Alles in allem spricht das eher gegen weitere Zinserhöhungen. Die Zinsen der Schweiz könnten gar schon viel früher wieder sinken, als das viele heute denken. In die genau gleiche Richtung zeigt unser zweiter Indikator, die Frachtkosten. Um Produkte aus China nach Europa oder in die USA zu verschiffen, musste man während Corona plötzlich viel tiefer in die Taschen greifen. Die Frachtkosten haben sich damals innerhalb von nur wenigen Wochen beinahe verfünffacht. Und das hat die Inflation in der Schweiz und den USA angeheizt. Doch auch das ist bereits wieder Geschichte. Die Frachtkosten sind heute wieder genauso tief wie vor Corona. Das zeigt, die Inflation ist nicht einfach nur zufällig gesunken. Der Teuerungsdruck hat tatsächlich nachgelassen. Weitere Zinserhöhungen sind aus dieser Perspektive also eher nicht angezeigt. Viel eher sollten die Zinsen in den USA und der Schweiz schon bald wieder sinken. Ginge es alleine nach der Inflation und den Frachtkosten, könnten die Zinsen also schon bald wieder sinken. Ein Indikator aber zeigt in die andere Richtung. Indikator Nummer 3, die langfristigen US-Zinsen. In den Vereinigten Staaten sind die Zinsen auf den 10-jährigen Staatsanleihen in den letzten Wochen nochmals stark gestiegen. Auf rund 5%. Eine mögliche Interpretation davon ist, der Markt glaubt nun doch nicht mehr an eine baldige Zinssenkung durch die US-Zentralbank FED. Das britische Wirtschaftsmagazin The Economist schreibt dazu, In der Schweiz ist die Bewegung der 10-jährigen Zinsen nicht ganz so aussagekräftig wie in den USA. Allerdings gilt es auch hier vorsichtig zu sein. Die Schweizerische Nationalbank könnte ihren Leitzins auch noch weiter anheben. Oder erst im übernächsten Jahr wieder sinken. Das sagt zum Beispiel Thomas Stucki, Anlagechef der St. Galler Kantonalbank. Wie also geht es nun weiter mit den Zinsen? Die Inflation und die Frachtkosten sprechen relativ deutlich für schon bald wieder tiefere Zinsen. Die langfristigen Zinsen allerdings deuten eher auf eine längere Hochzinsphase hin. Was denken Sie? Bleiben die Zinsen noch lange hoch oder kommen sie schon bald wieder runter? Und wie finanzieren Sie Ihr Eigenheim? Mit einer Fest- oder mit einer Saron-Hypothek? Auch zu dieser Frage gibt es übrigens bereits einen Geldcast. Und zwar vom letzten Herbst. Sie finden die Sendung auf meinem YouTube-Profil unter auf Swissinfo.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn Sie den Geldcast mögen, lassen Sie mir gerne ein Abo hier. Das würde mir sehr helfen. Danke Ihnen fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst. Das ist der Geldcast von Swissinfo.ch